Hallo meine Lieben! So, ja, die Perspektive stimmt noch nicht. Ihr seht schon, da taucht was auf, nämlich... Aaaaaah! Schreialarm! Diamond Painting Deutschland! Das Paket ist gerade angekommen. Die ist 5 Sekunden weg. 5 Sekunden! Ich hab nur, ne, das alles abgenommen, damit wir das nicht sehen. Ja, wir machen das Unboxing und... Leute, ohne Witz, guckt euch den Karton an. Riesig lang. Viereckig. Ach, das... Ohne Beschädigung. Ich bin gerade begeistert, also so richtig, ne? Also, ohne Witz. Wir haben ein Bastelskapelle und... Wui! Machen mal hier so ein bisschen... Ja, Blödsinn, sag ich mal. Das müssten die Rottweiler-Welpen sein. Zumindest steht das auf dem Lieferschein. Nee, nee, nee. Also, werden wir mal gucken, was wir da so haben. Ich glaub, eine Seite aufmachen reicht. Tada! Uhuhu! Guckt mal! Leute, Leute! Aaaaaah! Ich bin hebelig. Ähm, und zwar... Ja, wie mach ich das am besten, ohne mir hier irgendwas zu zerstören? Ist da eine Rolle drin? Eine Rolle! Eine Rolle! Okay, eine Rolle! Ähm... Oh, und die Rolle ist schwer. Äh, ja, okay. Die Rolle ist... Schwer! Und das steht da ja mit dem Pending Deutschland drauf. Herrlich! Mal mal gucken. Papier und das war... Ja. Ein Zylinder. Interessant! 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 Ein Zylinder. Leute, guck mal. Ah, und... Ihr seht das, ne? Da. Da sind sie, die Rottweiler-Welpen. 50 mal 30. Was hab ich da bitte bestellt? Äh, wir wünschen Ihnen ganz viel Spaß beim Painten. Deuer mit Painting Deutschland. Bla, blub, 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 blub. Äh, nicht geeignet für Kinder unter 0 bis 3 Jahren. Okay, ähm, ja. Ähm. Ich bin zweieinhalb und schüchtern. War ein Witz. Wir haben's auf. Und als erstes fällt mir entgegen... Das Toolkit. Mir fehlt die Pinzette. Leute, mir fehlt die Pinzette. Das sind die Steinchen. Okay. Ähm, ja. Wir ziehen mal weiter. Äh. Okay, da ist irgendwas. Einmal der Symbolzettel. Oh, oh, oh. Die Leinwand. Oh, oh. Und Papier. Hä, okay. Die Leinwand und... Packpapier. Naja gut, Packpapier. Stellen wir den Zylinder mal da hin und gucken mal langsam weiter. Auspacken ist immer schön, Leute. Auspacken ist immer schön. Ach, guck an. Hier haben wir... Was bist du denn? Ei, guck mal. Und das ist sogar... Ah, danke fürs Goodie, meine Lieben. Das ist ein... Ja. So ein, so ein, so ein... Äh, äh, äh. Handgelenkschoner. So, da ist sie. Die besagte Pinzette. Und... Äh, ich glaub, die gucken wir uns jetzt als erstes an, oder? Wenn ich sie denn aufkriege. Aber, hi, Goldbeeren sind sauer. Leute, glaubt ihr ernsthaft, ich bin sauer? Nein, aber danke. Ich bin gerade begeistert. Also, wir machen die Pinzette auf. Ähm. Antimagnetik... Äh, äh, okay. Antistatische Pinzette habe ich auch noch nicht gehört. Ihr seht, was ich hier tue, oder? Ja, ne? Ja, gut. Ich liebe mein Bastelskapell, weil... Äh. Ja. Genau deswegen. Es lässt sich damit die Verpackung besser öffnen. Eieiei. Okay. Auf die Pinzette bin ich ja schon eine ganze Weile stolz. Oh, scharf und... Oh, die ist sogar spitz. Guckt mal, die ist spitz. Ihr seht das gar nicht, oder? Mag mein Fokus gerade? Äh. Ja, okay, da seid ihr mal ein bisschen gewackelt. Das tut mir jetzt unendlich leid. Aber gut. Wir schieben euch einfach mal wieder zurück. So. Machen wir mal gucken, ob der Fokus jetzt will. Also, mit dem Nahen hat es meine Kamera noch nicht so. Gut. Okay. Dann machen wir das jetzt anders. Wir ziehen den Fokus einfach selber nach. Und dann... Naja, auf jeden Fall ist sie spitz und... Ne? Ach, herrlich. Wunderbar. Also, auf die Pinzette war ich schon die ganze Zeit scharf. Deswegen gibt es diese Bestellung eigentlich. Ich wollte diese Pinzette haben. Ein bisschen bekloppt, ja. Also, das haben wir schon gesehen. Das machen wir jetzt auch. Mein Ruhr auf. Und zwar... Ist das... Hört sich seltsam an, aber ich glaube, ich weiß, was das ist. Wir brauchen das Toolkit. Wieso fehlen hier die Tütchen? Wir schieben das ganze Ding hier auf den Stift. Ne? Auf diesen tollen Stift, der dabei ist. Und dann kann man das... Ernsthaft, das ist echt angenehmer in der Hand, wie... Wie zum Beispiel das Ding. Ich meine, das Vorweigelb, das ist mittlerweile ein bisschen angegraut. Aber das Teil ist ernsthaft angenehmer. Okay, ähm... Ja, werden wir mal gucken. Packen wir wieder weg. Wird noch nicht benutzt. Wird wieder ins Tütchen gepackt. Fertig. Dann haben wir hier... Oh, ähm... Okay, die Wachsplatte sieht ein bisschen anders aus. Ich bin die länglichen gewohnt, aber... Die ist viereckig. Guck mal, die ist quadratisch. Sauber. Und ein Schiffchen. Ja! Ich habe auf jeden Fall meine heißgeliebte... Ja, Traumpinzette, sag ich mal. Hahaha. Legen wir auf Seite. Wir machen ein bisschen Blödsinn durch. So. Schieben wir mal die Pinzette weg. Dann haben wir hier... Aha. Ja. Äh... Entschuldigt. Ihr seid, glaube ich, ein Minimal wenig kippt. Das tut mir leid. Naja, gut. Ist halt einfach mal so. Was ist das denn? Hallo, Rottweilerwelten. Oh, cool. Hier ist ein Stickerball. Das ist mal genial. Dann kann ich mir das nämlich auf die Tütchen kleben. Super. Ein Stickerbogen. Krass. Und das sind... Ja. Ja. Die Farben. Okay. 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 Das machen wir gleich. Wir werden jetzt erstmal ganz flockig auf diese nette Leinwand gucken, weil... Ähm... Oh, äh... Die ist ernsthaft größer, wie ich gedacht habe. Also, mhm... Ja. Die ist wirklich größer. Äh... Was habe ich da bitte bestellt? Rottweilerwelten. Rottweilerwelten. Okay. Da ist die Legende oben auch interessant. Wir gucken einmal kurz auf die Leinwand. Oh, äh... Ja. Super. Da kann man ein Lager aufbauen. Ähm... Ja. Ihr seht das, ne? Ähm... 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 Ja. Hier. Ihr seht das, ne? Also, die Symbole sind bitte mal Wahnsinn. Hier sind Diamanten. Hier sind... In der Kamera sieht es jetzt größer aus, als es auf der Leinwand ist. Ähm... Hanteln und... Äh... Ja. Alles Mögliche. Ähm... Pfeilchen und Monde. Und... Ja. Ich bin ja mal irritiert. Der Versand war super fix. Ich hatte am Dienstag bestellt. Mittwoch war Feiertag. Donner... Hatte ich am Dienstag bestellt? Dienstag... Habe ich bestellt. Dienstag spätabends. Also so um 21 Uhr. Mittwoch wurde das bearbeitet und rausgeschickt. Ja. Donnerstag wurde das von DHL bearbeitet. Wir rollen nun derzeit die Leinwand wieder ein. Wir wollen ja nicht, dass das passiert. Ähm... Donnerstag wurde das von DHL bearbeitet. Und... Ja. Frisch aus DHL Hand. In meiner Hand. Gerade eben. Und... Schon habt ihr dieses Video dazu. Sehr spannend. Okay. Das ist... Ähm... Interessant. Das habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. Aber die Verpackung ist cool. Also mal ohne Witz. Es muss knistern. Das tut mir leid. Ihr habt ja gesehen. Ich habe das so, wie es kam, direkt rausgeholt. Und... Ja. Ja. Äh. Äh. Ich muss verrückt sein. Äh. 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 Minimal. Also... Das finde ich jetzt mal richtig geil. Das sind vorgefertigte Zipptütchen. Äh. Also vorgefertigt und abgefüllte Zipptütchen. Eckige Steine. Die Steine sehen auch toll aus. Gut. Wir holen uns mal einen Kugelschreiber. Wie gut, dass ich da was vorbereitet habe. Äh. Und zwar heute mit Tinkerbell und Sternchen. Ach ne, nur Sternchen. Eigentlich ist es Tinkerbell. Und dann wollen wir mal gucken. Also, die 433 D vorhanden. Wisst ihr eigentlich, dass ich blöd bin? Wisst ihr eigentlich, dass ich blöd bin? Nämlich... Hehehe. Wir können doch direkt die Tütchen mit den Symbolen bekleben. Wozu haben wir sie dann? Symbol D, ne? 433, 433. Jetzt muss ich hier auf den Zettel gucken. 433 D. Nehmen wir das Klebelding ab. Und packen das auf die Tüte. Guckt ihr? So. Symbol draufgeklebt. Ähm. 3828. 3828. 3828. Die Menge sind 123 Stück. Das ist der Kelch. Okay. Der Kelch. Wobei, ich müsste hier eigentlich gar nicht drauf rummalen. Weil, wenn ich das richtig sehe, dann sind hier auf den Symbolen nämlich noch die Nummern. So. Ne? Man sieht das. Der Kelch war das. Ne? Der Kelch war das. 300... 3828. Okay. Anwesend. Klebt. Bitteschön. Und so ziehe ich mir das jetzt mal eine Runde. 3819 ist der Akku. 3819 der Akku. Jawohl. Und das sind jetzt 89 Farben. Ähm. Ja. Man könnte meinen, das ist leicht übertrieben. Ist es auch. Ein Telefon. Leute, guckt mal. Ein Telefon. Ich bin ja begeistert. 3799 ist also ein altes Telefon. Und zwar eine alte Wählscheibe. Guckt ihr da. Da ist die Wählscheibe. Ähm. Man könnte jetzt meinen, ich leide an Größen wahren. Und ich würde sagen, ja. Natürlich. Natürlich leide ich an Größen wahren. Sonst würde ich das nicht tun. Weil, äh. Ja. Ist halt einfach so. Und da ich jetzt keine Lust habe, so in 5 Minuten das Unboxing zu ziehen. Weil, ne. Da. 3719. Eine Schneeflocke. Ach nein. Wie herrlich. Ähm. Machen wir das Ganze jetzt zusammen. Stickerchen aufkleben. Und ein bisschen. 166. Guckt ihr. 166. Ähm. Ja. Was hat mich dazu bewegt, dieses Bild zu bestellen? Erstens. Ich wollte wissen, ähm. Wie verpackt Diamond Painting Deutschland? Dazu kommt, ähm. Ich wollte mal mehr wie 45, 50 Farben. Und da mir das Josephine Wall Starship noch ein bisschen zu teuer ist. Und ich noch ein bisschen sparen muss. Für das Bild. Weil das ist so mein... Ein Blitz. Mein absolutes Traumbild. Ähm. Habe ich gedacht, okay. Versuchen wir es mal mit ein bisschen günstiger. Und einer Eigenproduktion wegen dieser unglaublich tollen Pinzette. Die habe ich bei der lieben Nadine gesehen. Und war fasziniert von dieser Pinzette. Ähm. Äh. 87. Und ja, bin dann dazu gekommen, dass diese Rottweiler-Welpen total schnuffig sind. Und musste das dann haben. Und hier haben wir dann ein kleines Füßchen. Eieieiei. Und ja, so kam es dann zu der Bestellung bei Diamond Painting Deutschland. Ähm. Ernsthaft, ich bin begeistert. Natürlich. Weil. Wer hätte gedacht, dass das so schnell ist. Ne? Also. Ja. Ähm. Wir werden also zusammen auch diese Welpen da pinten, glaube ich. Oder nein, das mache ich off-cam. Da werde ich gleich ein bisschen mit anfangen. Weil. Ich bin neugierig. Ich bin ein kleines, neugieriges Kind. Und ich möchte gucken, wie lässt sich das kleben. Wie lässt sich das kleben? Wie ist das mit der Verarbeitung? Und all sowas. Und ja. Ähm. Außerdem ist es gerade da. Ich bin neugierig. Mhm. Ja. Tolle Beweggründe. Dabei habe ich gestern ein anderes Bild angefangen. Ja gut. Es sind jetzt halt dann drei angefangene Bilder. Was soll's. Ach. 310. Ich liebe es. Ähm. Na gut. Die China-Bestellung ist auch unterwegs. Äh. Zwei Pakete. Einmal zwei. Einmal drei Bildchen. Ja. Alles eckige Steine. Ich liebe es. Ja. Ja. Gerade mag ich es im Moment, weil ganz viel passiert und ganz viel eben funktioniert. Und ja. Ich muss dazu sagen, die liebe Nadine, ähm. 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 Ich verstehe, warum du bei Diamond Painting Deutschland bestellst. Ein solches Bild mit der Farbqualität. Ich bin, ja. Nicht irritiert, sondern schlichtweg begeistert. Dazu sind die Etiketten vorhanden. Was richtig geil ist. Und ich habe hier noch eine ganze Menge für andere Dinge. Das finde ich auch toll. So für meinen Planer. Dass ich ja auch noch mache. Also, ne. Ähm. Ja. Die sind von der Größe her sind die gut. Das kann man mal zwischendurch, ähm. Benutzen, um was zu markieren. Im Kalender oder so. Ja. Ähm. Also, an sich würde ich sagen, die Bestellung hat zweierlei bewirkt. Und zwar nämlich als erstes, dass ich gerade total angefixt bin von Diamond Painting Deutschland. Also zumindest was die Verpackung angeht. Hm. Andererseits, ähm. Auch begeistert bin von der Schnelligkeit der Lieferung. Das ist bis jetzt mein teuerstes Diamond Painting mit, äh, summa summarum 30,20 Euro. Und ich würde sagen, es hat sich definitiv gelohnt. Warum hat es sich gelohnt? Erstens. Man muss sich überlegen, ich habe, wie gesagt, am Dienstag abends um 21 Uhr bestellt. Habe ich die Bestellung rausgeschickt. Dann ist das Mittwoch, weil Feiertag ist dann, ne, nicht viel passiert. Das ist Donnerstag. An DHL übergeben worden. Und heute ist Freitag. Heute ist Freitag, Leute. Nein, Quatsch. Mittwoch war kein Feiertag. Mittwoch wurde das an DHL übergeben. Donnerstag war Feiertag. Wir wissen das alle. Wir haben gestern Tag der Deutschen Einheit gefeiert. Ähm. Und, ja. Es war fix. Also, ich kann nichts sagen. Und da fällt ihr zum zweiten Mal. Es tut mir leid. Ich muss mir echt neues Klebeband an die, an das Stativ kleben. Das ist ja echt unglaublich. Es tut mir leid. Hier fällt jetzt gerade zum zweiten Mal. Und, ja. Ähm. Mal davon ab. Die Steine, ne. Guckt euch diese Steinqualität an. Also, sind die alle Handverlesen oder was? Das ist ja der Wahnsinn. Bitte nicht auf die Fingernägel gucken. Ich hab noch nicht, ähm, nachlackiert. Beziehungsweise neu gemacht. Ich hatte da einfach noch keine Muße zu. Gib ich ja ganz ehrlich zu, ne. Also, man muss ja auch als Frau irgendwo Muße und Zeit und Lust dazu haben, sich die Fingernägel hübsch zu machen. Und, ja. Ihr seht's. Ich hatte noch keine Lust, keine Zeit, keine Laune dazu. Also, hab ich's noch nicht gemacht. Hm, 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 hm. Ähm. Von daher, ja, weiß ich nicht. Also, mein Mann wird dieses Video sehen und wird sich fragen, warum die Eierbote bei mir geklingelt hat und ich bei ihm. Ja, ich... Ne, das war ein Fehler. Okay. Ei, die lassen sich sogar... Guckt ihr euch das an? Ich hatte gerade einen Fehler gemacht, dass ich die falsche Nummer genommen habe. Und die lassen sich bombastisch wieder von den Tütchen ablösen. Und... 371, nicht 370, äh, 370 oder 317. Und dann auf die richtige Tüte kleben. Ne? So ist das nicht. Also, auch da super Etiketten. Hehe, ja. Wenn ich mal nicht so blöd gewesen wäre, das gerade ein bisschen zu testen, äh, verzeihungsmäßig zu testen. Aber, ja, gut. Ähm. Das kommt mir jetzt gerade echt zu... 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 zugegen, dass hier die Etiketten bei sind. Weil... Ja. Ne? Man kann damit eine ganze Menge machen. Ich ändere mal den Fokus ein bisschen. Und die Kameraperspektive. So, jetzt haben wir es. Dann brauchen wir nämlich nicht immer... Ne? Dann seht ihr das direkt. Dann brauchen wir nicht immer die Kamera halten. Man ist ja auch faul, ne? So ein bisschen. Da. Und, ja. Also, von daher... Also, ich bin schlicht begeistert. Diese einzelnen Tütchen machen es natürlich für mich einfacher, weil... ich kann die gleich in eine kleine Box packen. Ne? In aller Ruhe in eine kleine Box. Ich brauche keine... Kein umfüllen, kein umsortieren. Ich muss jetzt nur noch die Aufkleber aufkleben. Kann die dann also in eine Box packen und kann dann eigentlich direkt loslegen. Alles, was man dafür benötigt, ist dabei. Es sind, ne? Sogar Etiketten dabei. Das hat... Das hat China zum Beispiel nicht. Nämlich, dass die hier ein... äh... vorgefertigte Tütchen haben. Und, ähm... Ja. Dadurch, dass die Nummern da draufstehen, ist das natürlich sehr gut, weil auch für die spätere Lagerung ist das genial. Man hat nämlich schon direkt die Farbnummer da drauf. Und, ähm... Ja. Aber ganz ehrlich, 89 Farben. Ich muss ein klein wenig bekloppt im Kopf sein. Also, das ist wieder so ein Bild, das werde ich nicht innerhalb von drei, vier Tagen durchgezogen haben. Außensweise nicht. Äh... Weil... Ja. Hm. 89 Farben, meine Lieben. 89 Farben. Und... Ja. Dementsprechend wird das eine Weile dauern, bis ich hier fertig bin. Dazu habe ich ja noch das Hasenbild für euch, was wir zusammen painten. Und... Dann habe ich gestern frecherweise doch noch ein anderes Bild angefangen. Nämlich eins meiner Actionbilder. Obwohl ich wusste, dass heute Diamond Painting Deutschland kommt. Ich bin ja ein schlimmes Kind. Ich kann ohne painten teilweise nicht. Ja. Ihr wisst jetzt auch nicht, was ich hier gerade tun, ne? Ähm... Ich lege mir die Tüten hier hin, weil... Immer an der Kamera vorbeigreifen ist auch schwierig. Also legen wir uns das Tütchen hier hin. Äh. Äh, äh, äh. Und... Ja. Ich wusste ja, dass Diamond Painting Deutschland heute kommt. Ich wusste es. Wieder besseren Wissens habe ich diese Meeresschildkote angefangen. Habe mir dabei The Day After Tomorrow auf Netflix angeguckt. Ich meine, ich kenne den Film. Das ist für mich die Mutter aller Katastrophenfilme. Natürlich. Wer kennt... Ich sag mal, wer kennt ihn nicht? Ähm... Es gibt eine ganze Menge Leute, die ihn kennen. Und... Ganz ehrlich, ich liebe diesen Film, auch wenn ich den gestern zweimal ansetzen musste, um ihn einmal zu gucken, weil ich davor eingeschlafen bin. Ja, wenn man Filme kennt und die dann nochmal anguckt, dann sind sie leicht... Ja, ähm... Ja, ne? Guck mal hier. Ein Fernsehturm. Ein Fernsehturm. Ich weiß es nicht. Ähm... Dann ist er so leicht einschläfernd. Aber ist okay. Ich bin auch gestern Abend eingeschlafen um 10. Bin auch seit 5 Uhr wach. Ja, also... Auch das passiert mir mal. Bin dann um 5 Uhr also aufgestanden. Hab mich an mein Painting gesetzt und hab gedacht von wegen... Ja, ist okay. Dann sind nach 7 Stunden Schlaf eben mal die Weichen gestellt für einen aktiven Tag. Ähm... Ja. Machen wir. Hab mir dann ein Cappuccino gemacht und hab dann in aller Ruhe zwei, drei Filme angeguckt. Ich weiß jetzt auch nicht mehr im Einzelnen. Für mich ist das mehr so Begleitmusik beim Basteln, beim Painten. Ähm... Einfach damit man dann irgendwas hat, wo man so ein bisschen... Ja... Was hat, wo man, ne? So abgelenkt ist. Also beim Diamond Painting kann man wunderbar irgendwie zuhören. Hab ich so für mich festgestellt. Ich kann zum Beispiel beim Diamond Painting wunderbar diskutieren. Im Sinne von... Ich höre zu. Ich, äh... Äh... Ja, ich, ähm... Arbeite mich durch, äh... Durch meine Gedanken. Was aber auch interessant ist, ist, dass, ähm... Diamond Painting durchaus einen therapeutischen Aspekt hat. Also... Wenn man Malen nach Zahlen kennt, und ich denke, Paint by Numbers kennt irgendwie jeder, dann hat man hier eine Mischung aus Malen nach Zahlen, wegen der Zahlen und der Symbole, und aber aufgrund der Größe Kreuzstich. Also, ne? Das ist eine Mischung aus Sticken und Malen nach Zahlen. Guckt mal, eine Lokomotive. Aus Malen nach Zahlen und, ähm... Kreuzstich oder vielmehr Sticken und dementsprechend für diejenigen, die ein tolles Bild haben wollen, aber nicht sticken wollen oder malen wollen, wegen ständig Pinsel auswaschen, was ich verstehen kann, das ist echt nervig. Ja? Pinsel auswaschen ist richtig nervig. Würde sich das anbieten, das Diamond Painting anzufangen. Ich meine, ich... Ich bin da echt... Ja... Ich bin, was sowas angeht, eh immer diejenige, die sowas gerne macht, weil... Ja, es beruhigt mich einfach. Es ist faszinierend. Und man kriegt eine Riesenauswahl an Bildern, sowohl bei Diamond Painting Deutschland, also die Shops, die ich jetzt so kenne, oder halt AliExpress, ähm... Wo man sich dann denkt, von wegen, ja geil, das ist genau das, was ich jetzt gesucht habe. Die Erstellung dauert ein bisschen. Man muss sich da rein... Man muss sich da nicht reinfuchsen. Das Einzige, was man machen muss, ist Symbole lesen und Steinchen kleben. Was man im Kauf nehmen muss, ist, ähm... Dieses, äh... Ständige aus der Tüte in die Tüte. Also Steinchen aus der Tüte verkleben, wieder zurück in die Tüte. Ja, das ist halt so... Der Einzeste... Das Einzeste, was man dabei beachten sollte. Und ansonsten... Ja, man arbeitet... Man arbeitet einfach sich vor und... Was entsteht, ist... Der ganze Prozess ist genial. Also... Ne, ähm... Der ganze Prozess ist genial. Und hier hat sich beim Verpacken ein Steinchen verirrt. Also werden wir diese Tüte einmal öffnen. Nein, ihr kippt jetzt nicht nochmal. Du blöde Kamera. Ich mag sie gerade nicht. Also, ne, setzt mir nicht böse. Aber ich mag meine Kamera gerade nicht. Hier liegt ein Steinchen. Dann macht man die Tüte eben ein Stück auf. Schiebt das Steinchen da rein. Weil ist ja die gleiche Farbe. Macht das Tütchen wieder zu. Und schon ist das Steinchen gerettet. Schlägt das ein bisschen runter. Und... Tada! Nichts passiert. Diese Kamera nervt. Also, ich muss mir da wirklich ein... gutes Stativ besorgen. Wenn ihr also ein gutes, vernünftig funktionierendes, nicht kippelndes Stativ kennt, was nicht unbedingt Klebeband braucht, um zu halten, dann dürft ihr mir das gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Weil es ist nervig. Es ist richtig nervig, dass dieses Stativ immer mal wieder kippelt. Und ja. Solche Dinge. Ja. Es ist nervig. Ganz ehrlich, es ist nervig. So, 451. D-d-d-d-d. Ich bin mal gespannt, wie es sich painten lässt. Klar. Ähm. Ich werde euch zwischendurch, denke ich an die Rottweiler-Welpen, werde ich euch ein kleines Update posten. Also, mal immer so kurz vor dem Paint wird es, ähm, für, vor dem Brianna-Painted mal einen Blick drauf, wie weit bin ich, wie lässt sich's painten, solche Dinge. Was wir jetzt also gerade machen, ist Sticker kleben und Tüten sortieren. Ne? Ähm. Darauf achten, dass die Kamera nicht umfällt. Also, so war's halt. Und, ja. Guckt mal, ein Mond, der Mond, der Mond, der Mond. Ähm. Ja. Was auch ganz toll ist, wirklich toll ist, ist, dass das wirklich vorgefertigte Tütchen sind, ne? Also, auch für, wie gesagt, für die spätere Lagerung ist das für mich natürlich ganz toll, weil im Moment, ähm, hab ich da noch gar kein System. Ich schmeiß das alles in einen der großen China-Beutel und, ähm, ja, lager das da so in meiner Eckbank. Bin ich blind? Nein, ich bin nicht blind. Ähm, lager das dann so in meiner Eckbank und, ähm, ja, weiß nicht, also, da muss ich mir dann noch was überlegen, weil, ja, es ist halt, ähm, ich sag mal, kontraproduktiv, ähm, weil immer wieder muss man suchen und, ja, es ist halt ein bisschen nervtötend, aber auch das macht Spaß. Wie gesagt, das ist jetzt Bild 1 von 6, das Schnellste. Die anderen dauern noch, also das kann noch bis Mitte Oktober dauern, bis die ankommen. Ich denke aber, wir haben eigentlich noch genug zu tun, weil nach dem Hasen habe ich hier noch, ähm, noch die Bücherei, also diese, diese Privatbibliothek liegen, die wir painten könnten. Ähm, die Welpen werde ich Offcam machen, genauso wie die Meeresschildkröte, aber wir hätten ja noch den Tiger. Also wir werden die Zeit schon überbrückt kriegen. Nichtsdestotrotz läuft auch das 50 Abonnenten, die 50 Abonnenten Dankeschön Verlosung, ähm, noch bis zum 9., da könnt ihr ja so gerne auch mal gucken, ob euch das interessiert, ob euch das nicht interessiert. Ähm, ne, würde mich über die rege Teilnahme freuen. Klar. Dann bin ich unendlich dankbar, dass ihr wirklich euch das zu Herzen genommen habt und bei Fimo Tinker, bei Fimo Tinkers Ersatzkanal ein Abo dagelassen habt. Danke dafür, meine Lieben. Ich meine, klar, äh, äh, ne, hätte man von mir auch nicht erwartet, aber die Fimo Tinker, die Svan hier ist eine ganz Liebe und ja. Ganz ehrlich, ich bin begeistert von euch. Ich bin dankbar, dass ich, äh, euch unterhalten darf. Ich bin dankbar, dass ihr zuhört und dass ihr auch hingeht und wenn ich dann mal sowas sag, wie, ihr könnt ja mal gucken und, ne, eventuell Abo und so da lassen, dass ihr das dann auch tut, weil das ist auch für mich nicht selbstverständlich. Ähm, achso. 838, jetzt habe ich gerade ein falsches Etikett abgelöst, ähm, jetzt muss ich gerade mal gucken, wo sie ist. Ähm, na, also da. Äh, dass ihr das dann auch tut und nicht sagt von wegen, äh, ne, wollen wir nicht, sondern wirklich diejenigen, die das möchten, die gehen hin und abonnieren da und kommentieren und liken und ich finde das großartig. ganz ehrlich, Leute, das hätte ich nie gedacht. Ich finde es ganz toll, ja, ganz großes Lob an euch, natürlich, weil ich das nie, nie, nie geglaubt hätte, dass ihr so klasse seid, dass ihr das macht. Ich habe immer gedacht, ne, dass, ähm, ich sage das zwar und ihr seht das und denkt euch, ach, nö, wollen wir nicht und ihr überrascht mich, ihr überrascht mich und macht mich wahnsinnig glücklich, ihr überrascht mich und ich bin unendlich dankbar dafür, dass ihr das wirklich getan habt, weil auch das nicht selbstverständlich ist und trotzdem, ich danke euch von Herzen, weil damit und ihr stützt ihr nicht, wie gesagt, mich, sondern eine richtig tolle YouTuberin, die Opfer von dumm, und dumm Scheiß geworden ist, entschuldige die Wort, Wahl, aber es ist so, es ist Bullshit, was die Leute da gemacht haben und dass YouTube mit jedem Tag der Verstreicht jetzt bei Svante die Hoffnung schwindet, dass sie ihren Hauptkanal wiederkriegt, in den sie sechs Jahre Arbeit investiert hat, ähm, kann ich nachvollziehen. Wie gesagt, für mich ebenfalls eine Riesenkatastrophe, wenn mein Kanal gehackt werden würde und übernommen würde. Ähm, ja, ich weiß nicht, also ich glaube, das ist für jeden, der YouTube macht, und Videos hochlädt, ähm, ein Riesenschock, ein Rieseneinschnitt ins Leben, weil man damit nicht rechnet. Ja, ich hab auch gedacht, ähm, uns Deutschen kann das nicht passieren, ähm, doch, uns Deutschen passiert das genauso, das haben wir jetzt durch Svante gelernt und, ähm, ja, wie gesagt, ein Riesendesaster, eine Riesenkatastrophe, ähm, finde ich, und deswegen noch mal ein Riesendankeschön an euch, dass ihr wirklich hingeht und zuhört, sie abonniert, sie unterstützt, weil sie hat's verdient, zurückzukommen und wieder genauso groß zu werden. Ich glaube, jeder YouTube-Kanal hat das irgendwo verdient, den man gerne guckt. und für mich ist Svante mehr als nur YouTuberin, sie ist auch ein Teil meiner Abendunterhaltung, wenn ich mal schlecht drauf bin, dann gucke ich mir ein Svante-Video an, sage ich jetzt mal eine Ü-Post oder was und, äh, mir geht's gut, also, ja, oder aber, ich setze mich mittlerweile hin und painte und höre dabei alle anderen zu, ich habe jetzt gerade das Tablet neben mir liegen, ähm, da ist dann ein englischsprachiger Diamond-Painting-Kanal drauf, der dann auf YouTube ist und der läuft und ich finde das immer spannend, ich gucke gerne anderen Leuten beim Basteln oder Arbeiten zu und arbeite dann selber, ich hätte damals auch nie gedacht, wie das ganze Thema aufkam, dass ich das wirklich mal mache, YouTube-Videos, also, die Initialzündung zu YouTube war Hedwig Gedönsrat, durch das Tauschpäckchen mit ihr war dann die Initialzündung gegeben, dann wirklich selber YouTube zu machen, im Übrigen danke Hedwig dafür, ne, muss man ja auch mal gesagt haben und inzwischen muss ich sagen, macht es totalen Spaß, euch zu unterhalten, euch Dinge zu zeigen, ähm, mit euch zusammen zu painten, euch und solche Dinge und ja, ich glaube, ich mache das jetzt einen Monat, ja, und also noch nicht ganz wirklich so lange und ich bin jetzt schon so der Mensch, dass ich sage, ähm, ich würde, mir würde was fehlen, weil für mich mittlerweile Basteln und Painten zusammen gehören, also Painten und YouTube gehört genauso für mich zusammen wie Basteln und YouTube, weil es irgendwie sich eingebürgert hat, dabei die Kamera laufen zu lassen und ja, ich meine, ich mache auch noch eine ganze Menge Off-Cam, ja, und gucke dabei euch anderen zu, ähm, und ja, so, das letzte Etikett ist verklebt, ihr seht, ich habe hier noch ganz viele Etiketten über, ich schneide mir das dann hier gleich ab und dann kommt das in die Planersammlung, äh, äh, ich, verrücktes Kind, und ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle Schluss, ich sage goodbye, auf Wiedersehen, ich bedanke mich fürs Zusehen, ich bedanke mich fürs Zuhören, ich bedanke mich für die Geduld, ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende, genießt es, Tag der Deutschen Einheit ist zwar rum, aber, ja, wir haben noch ein bisschen, was ich euch aber empfehlen kann, sind diese Gummibänder hier, wir haben das, wir haben jetzt gerade ein Schiffchen hier stehen, jetzt kann ich es zeigen, und zwar, nehmen wir uns diese Gummibänder, ich habe meine jetzt zwei bunt bei Flying Tiger gekauft, für einen Euro, da sind dann verschiedene Größen drin, wir nehmen jetzt mal rosa, von groß bis klein, und das ist so auch dieser extrem geniale Tipp von Nadine, danke dafür, liebes, und zwar packt man sich hier zwei Gummibänder drum, ja, so, Bits, und, Bits, ja, und dann, ihr seht schon, die rutschen nicht mehr, ich kann jetzt hier am Tisch, am Schiffchen wackeln, und der Tisch wackelt mit, dadurch, dass da jetzt hier die Gummibänder sind, kann ich das auch auf die Klebefläche von der Leinwand tun, so, und meine Steine rausholen, und es klebt nicht mehr das ganze Schifflein fest, sondern nur noch diese Haushaltsgummis, ne, also, auch da der Tipp, packt euch ein Haushaltsgummi drum, das ist genial, so, meine Lieben, ich würde sagen, das war's jetzt schlussendlich, macht euch Ding, habt Spaß, genießt das Wochenende, auch wenn's Wetter ein bisschen grau und bäh ist, und euch die Motivation fehlt, mir fehlt sie manchmal auch, ich packe jetzt die Farben weg oder fange die Leinwand an, je nachdem, ich bin ja ein neugieriges Kind, und dann würde ich sagen, wir hören, stören, sehen uns beim nächsten Mal, hoffentlich dann ohne einstürzende Neubauten oder aber auch Kamerabauten, und dann würde ich sagen, auf Wieder, Tschüss, Bye, Bye!